Ich habe was ganz vergessen, dafür müssen wir mal kurz einen Tag zurück in die Vergangenheit. Da gehen wir einfach durchs Portal, kommen wir in einen Tag in die Vergangenheit. Und was ist das da? Es sollte ein Kürbis sein. Happy Halloween! Weil ich habe es vergessen und ja, warum auch immer.